Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Lektion zum Thema Quellenrecherche zur Vorbereitung einer digitalen historischen 3D-Rekonstruktion. Was sind die Inhalte dieser Lektion? Zum einen möchten wir uns anschauen, welche Quellen sich als Ausgangspunkt einer 3D-Rekonstruktion eignen. Beginnen wir mit einem Blick darauf, welche Quellen für eine 3D-Rekonstruktion benötigt werden. Auf der linken Seite ein historisches Gebäude und benötigt werden für eine digitale 3D-Rekonstruktion insbesondere Maßinformationen. Das heißt Außenmaße, die Höhe des Gebäudes beispielsweise, aber auch in besonderen Geschosshöhen. Länge, Breite des Gebäudes, Dachhöhen, aber auch Abstandsinformationen beispielsweise zwischen Fenstern, zu Türen, zu Nachbargebäuden und weiteres. Des Weiteren benötigt werden Informationen zur Gliederung. Das heißt also, wenn wir uns hier diese Fenster anschauen, verlaufen die bündig zur Außenmauer, sind diese eingesenkt beispielsweise. Im unteren Bereich sieht man Fenster und Türen eines Ladens. Auch da wieder die Frage, wie weit sind diese Dinge denn im Mauerwerk verborgen bzw. abgesenkt. Und ein dritter Typus sind Angaben zur Materialität. Das heißt, was für ein Material wurde hier genutzt? Wie sind Putzbeschaffenheiten beispielsweise? Wie sehen Farbigkeiten aus? Gerade der Blick auf Farbigkeiten natürlich immer schwierig. Im Falle historischer Gebäude, wo nur selten solche Dinge in Bildern hinterlegt sind. Materialität hier im Falle des Gebäudeputzes könnte man also von einem eher groberen Verputz ausgehen, mit feineren Feinputzgesimsen. Woher bekommen wir diese Informationen? Mit Blick darauf, Maßeinformationen zu erhalten, eignen sich insbesondere Orthobilder und Planquellen. Warum? Einfach deswegen, weil sich dort Maße und Proportionen direkt ablesen lassen. Anders als bei einer Fotografie beispielsweise, die also im 3D-Raum, ich gehe nochmal eine Folie zurück. Hier müsste man also durchaus etwas mehr Aufwand betreiben, um ablesen zu können, wie eine Höhe sich beispielsweise zur Tiefe des Gebäudes verhält. Einfach deswegen, weil hier eine Perspektivität mit hineinspielt. Das sieht bei solchen Planquellen an dieser Stelle als Beispiel genannt etwas anders aus. Dort können wir direkt solche Proportionen im Falle der Planquelle, also eines Lageplans, einer Draufsicht, beispielsweise zur Breite und Länge von Gebäuden entnehmen. Was uns hier allerdings fehlt, ist die Information zur Höhe von Gebäuden. Ich nenne, sage bewusst Entnehmen, weil auch hier braucht es einen wichtigen Schritt, nämlich um solche Informationen entnehmen zu können, müssen diese Informationen zunächst mit einem Vektor oder mit einem Computerlinienmaß, Polygon, mit einer Polygonlinie oder ähnlichem entnommen werden. Wo das bereits geschehen ist, das sind schon bereits vektorisierte Quellen. Im unteren Teil des Bildschirms ein Beispiel hierfür, für Bildquellen oder für eine Planquelle, die direkt aus OpenStreetMap entnommen wurde. Und das sind bereits nomierte und als Vektorzüge, das heißt also als Liniezüge hinterlegte Informationen, die sich dementsprechend direkt im 3D-Programm auch weiter verwenden lassen. Aus welchen Quellen erhalten wir Informationen zur Gliederung oder Materialität von Gebäuden und Gebäudegruppen? Das sind insbesondere Fotografien, die sich hier eignen, beispielsweise Luft- und Übersichtsaufnahmen, das ist also ein Beispiel auf der linken Seite. Beduten sind auch gut geeignet und gerade für diesen Fall der Stadt- und Gebäudemodellierung eignen sich Überblicksdarstellungen, das heißt womöglichst eine Vielzahl von Gebäuden oder Gebäude plus Arrangements zu finden sind. Das sind die bevorzugten Quellen. Darüber hinaus natürlich auch hier Detailinformationen nötig, das heißt im Idealfall geht es darum, zusammenzutragen, zu recherchieren, was an Bildern zu einem Gebäudeensemble, zu einem Gebäude vorhanden ist und diese Dinge natürlich auch in Beziehung zu setzen. Das schauen wir uns dann im nächsten Kapitel an. Woher erhält man derartige Bildquellen? Es eignet sich natürlich immer auf Bildrepositorien zurückzugreifen. Ein Beispiel hier für die Europäaner, das zeige ich mal kurz. Also der Europäaner, Weblink ist hinterlegt hier, die Möglichkeit also auf eine Vielzahl von europäischen Bildrepositorien und Bildarchiven zuzugreifen und dort Bilder zu recherchieren. Europäaner, also ein sogenannter Metadatenaggregator, das heißt Europäaner hostet diese Bilder nicht selbst, hat also keinen eigenständigen großen Wörfer oder Datenbestand, den die Europäaner pflegt, sondern erhält Informationen zu Beständen, die in einzelnen Bibliotheken liegen. Man sieht hier beispielsweise Gent University Library oder Bodleian Libraries der University of Oxford. Das sind also die eigentlichen Poster der Bestände. Ich habe jetzt mal Jena eingegeben, das heißt, wenn wir hier die Art des Mediums nochmal wählen würden, wir wollten ja bevorzugt Bildmedien haben, dann wird das Ganze schon etwas detaillierter. Auch hier sieht man, dass natürlich eine Vielzahl von Architekturaufnahmen, Strukturaufnahmen, aber auch weitere Aufnahmen dazukommen. Wenn wir jetzt das nochmal etwas spezifischer machen, also vielleicht nach dem Eichplatz als Beispiel suchen, dann finden wir im Falle von Jena gar kein Ergebnis. Es gibt da ja durchaus auch weitere Quellen, die hier relevant sind. Ich habe eine lokale mal mit angebracht, nämlich die TULP, die Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek. Wenn wir also mit der Kollektion der TULP mal angeben, Jena-Eichplatz, dann finden wir hier zumindest ein bisschen etwas an Angaben. Auch hier wiederum Stadtansichten könnten wir hier auswählen, könnten also nochmal ein bisschen differenzieren, indem wir bloß Jena angeben. und hier beispielsweise nach Stadtansichten suchen würden. Eine Schwierigkeit, die wir hier schon sehen, ist, dass es im Normalfall relativ viel Detailwissen braucht, nämlich beispielsweise, welche Straßen grenzen denn an einem Platz beispielsweise an und was können hier sozusagen noch relevante Suchbegriffe oder Ansichten sein. Und natürlich bedarf es auch dann der Auswertung, wo sind denn hier gleiche Strukturen überhaupt zu sehen. Also ein Punkt, den ich hier gerne mal aufgreifen möchte, ist die Leutra-Straße. Leutra-Straße ist also eine Straße, die durchaus direkt an den Eichplatz angrenzt und hier also eines der Gebäude als Detailaufnahme. Das wäre also etwas, was wir bei der Suche nach dem Eichplatz durchaus erstmal mit als Suchergebnis abspeichern würden. Eine weitere Sache ist das, wir haben jetzt natürlich nach Bildern gesucht, Stadtansichten. Ich würde, dass wir jetzt hier, ich bin jetzt einfach nochmal einen Schritt zurückgegangen, habe es wieder hergestellt. Das unterscheidet sich natürlich dann immer nach Sammlungen. Und ich würde hier jetzt zum Beispiel nochmal die Karten direkt aufgreifen. Also Kartenquellen sind immer welche, die natürlich sehr wertvoll sind, weil, wie schon gesagt, sie eben eine solche Otto-Projektion, eine solche Otto-Darstellung, aus der man direkt Proportionsaufnahmen entnehmen kann, dann bieten. Man sieht auch hier schon einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Karten. Gerade historische Karten sind natürlich ganz, ganz disparat. Und wenn wir uns also das mal anschauen und hier etwas reinzoomen würden in diese Karte, das kann ich hier oben in dem Viewer tun, dann kann man hier zumindest Proportionen eines, ja, Geviertes, eines Gebäudeensembles oder eines Quartiers entnehmen. Ja, das vielleicht in aller Kürze zu Planquellen. Kurz noch ein Wort zu Vektordaten. Es gibt inzwischen eine sehr große und sozusagen auch kollektiv entstandene Basis an aktuellen Geodaten. Und zwar ist das OpenStreetMap, hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon gehört, OpenStreetMap also als ein Community-Projekt, wo es darum geht, Informationen zu Geodaten zusammenzutragen oder Geodaten zusammenzutragen, Gebäude, Grundrisse, Ortsgliederungen, Funktionen von Gebäuden, Straßen natürlich auch, landschaftsräumliche Gliederungen und Ähnliches. Das sind Dinge, die in OpenStreetMap zu finden sind. Und dadurch, dass es ein Community-Projekt ist und inzwischen ein sehr, sehr großes Projekt ist, ist es so, dass sich dort auch eine Vielzahl von Daten finden. Wenn ich jetzt hier das Ganze mal aufmache und für den Fall Jena zeige, dann sieht man also, dass hier nicht nur die Gebäude als solche hinterlegt sind, in Braun dargestellt oder eben Landschaftsnutzungen wie zum Beispiel die Gärten, sondern das geht dann also so weit, dass eben beispielsweise auch dann die Funktionen oder Läden, die dort drin sind, mit vermerkt sind. Für uns ist dieser Datenbestand ein ganz wichtiger, weil er stellt uns oder diesen Datenbestand können wir als Vektordaten exportieren, als Vektordaten entnehmen. Und das ermöglicht es uns, direkt Vektorinformationen im 3D-Programm zu laden. Das heißt also nicht erst diesen 3D-Grundriss quasi nachzuzeichnen digital, sondern schon solche digitalen Informationen zu entnehmen, wo man also auch davon ausgehen kann, dass dort eine hohe Passgenauigkeit und Stimmigkeit existiert. Und eine Sache natürlich, das sind jetztzeitige Informationen. Das heißt also, diese Informationen lassen sich eben nur für Gebäude verwenden, die eben noch überliefert sind und auch nur bis zu deren Baudatum. Das muss man wissen. Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz zusammenfassen. Und zwar für 3D-Rekonstruktionen sind insbesondere Planquellen und Übersichtsfotografien als Quellenmaterial wesentlich. Diese sind in verschiedensten digitalen Repositorien recherchierbar und häufig kostenfrei erhältlich. Und eine weitere wichtige Quelle sind Plandaten. Diese sind beispielsweise über OpenStreetMap zugänglich. Wichtig ist hier der Hinweis, dass es also jetztzeitige aktuelle Stände sind und keine historischen Stände, die dort hinterlegt sind. Stattdorf-Rekonstruktionen